Die automobile Entwicklung schreitet ungehindert voran und befördert dabei so manche Automodelle ins Abseits. Bei einigen Kultautos fällt uns die Trennung ganz schön schwer. Welche automobilen Schätze aus den zurückliegenden Jahrzehnten wir am meisten vermissen, seht ihr hier und jetzt bei Die Sieben. Auto Nummer 1 – Audi A2 Mit dem A2 baute Audi einen Crossover, als dieser Begriff noch gar nicht geprägt war. Abmessungen wie ein Kleinwagen, ein Auftritt wie ein Minivan und mit seiner Alu-Konstruktion gebaut für die Ewigkeit. Bei seiner Markteinführung 1999 war der A2 mit einem 1,4 TDI-Dreizylinder und 75 PS ausgestattet, kombiniert mit Frontantrieb und 5-Gang-Schaltgetriebe. Nur 1000 kg Gewicht, flotte Fahrleistungen und ein sparsamer Verbrauch waren die schlagenden Verkaufsargumente. Nicht gespart wurde dagegen bei der Verarbeitung alles vom Feinsten. Den futuristischen A2 nahm Audi im Juli 2005 ersatzlos aus dem Programm. Von einem Wiedersehen in der Zukunft können wir nur träumen. 2011 zeigte Audi den A2-Konzept, der bereits einen Elektroantrieb hatte. Auto Nummer 2 – BMW Z8 Eine gänzlich andere Zielgruppe spricht dieser Klassiker an, der BMW Z8. Seinen ersten Auftritt feierte er bereits vor Serienstart als Dienstwagen von James Bond in die Welt ist nicht genug. Der Retro-Roadster bestach Anfang der 2000er mit dem V8-Motor eines M5, 400 Pferdestärken und einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Ab Mitte 2002 gab es dann auch noch die Alpina-Variante mit 381 PS und einem Automatikgetriebe. Damals besonders innovativ, schmale Leuchten am Heck mit Neon-Lichttechnologie und eine Plattform bestehend aus einem selbsttragenden Aluminiumrahmen, Spaceframe genannt. Nur exakt 5703 Exemplare des Z8 bauten die Bayern zwischen 2000 und 2003 in einer eigenen Manufaktur innerhalb des Werks München in Handarbeit. Das macht den Z8 zu einem Sammlerstück. Auto Nummer 3 – Honda S2000 Einzigartige Kult-Roadster kommen aber nicht nur aus München, auch in Japan versteht man sich darauf. Mit dem S2000 schuf Honda einen minimalistischen offenen Zweisitzer, der Fahrspaß garantiert. Unter der Haube des Japaners kommt der bekannte 2-Liter-Benziner mit 4 Zylindern und 240 PS zum Einsatz. Die Maschine ist als Kurzhuber mit einer kurzen und stabilen Kurbelwelle ausgelegt und hält damit auch hohe Drehzahlen problemlos aus. Die Kraft geht selbstverständlich nur nach hinten, ohne elektronische Helferlein, geschaltet wird manuell mit 6 Gängen. Mit seiner schnittigen Karosserie, kaum Ablageflächen und wenig Komfort ist er eben ein waschechter Roadster, der leider nur von 1999 bis 2009 gebaut wurde. Auto Nummer 4 – Renault Avantin Eine gewisse Art von Kultstatus hat auch dieser pensionierte Franzose, der Renault Avantin. Im Jahr 2002, als der Renault Avantin noch neu war, stellte man sich zu Recht die Frage, ist das ein Van oder ein Coupé? Eine klare Antwort darauf gibt es wohl nicht. Kritiker behaupten sogar, dass es sich um einen Prototyp handelt. Fans sagen wiederum, der Avantin sei ein Designstück zum Herumfahren. Ob ihn der 4-Zylinder-Turbo als Diesel oder Benziner antreibt oder der V6 ist dabei zweitrangig. Entscheidend ist der Auftritt und der Mut, den Renault damals hatte, dieses Auto in Serie zu fertigen. Seine Laufbahn endete aber schon nach zwei Jahren. Relativ, wie der Name schon sagt, vorzeitig. Auto Nummer 5 – Smart Roadster Mut brauchte es auch für den Smart Roadster. Mit ihm wollte Smart richtig durchstarten, raus aus der Stadtauto-Ecke rein ins Landstraßengeschäft. Erhältlich als Roadster und Roadster Coupé kam der sportliche Smart im Frühjahr 2003 mit den Leistungsstufen 61 oder 82 PS auf den Markt. Auch wenn das City Coupé zugegebenermaßen fahrdynamisch nicht gerade der Traum eines jeden Automobilisten war, wieselte der Roadster doch ganz gut um die Kurven. Zu etwas Besonderem machte ihn aber das ungewöhnlich futuristische Design. Eine zurückgesetzte Kabine, eine lange Nase und kugelförmige Freundscheinwerfer, dazu recht schrille Karosseriefarben. Die gleiche Sympathie findet sich im Innern des sehr niedrigen Cockpits mit abgerundeten Instrumenten wieder. Heute gilt der kleine Flitzer ohne Wenn und Aber als Klassiker, zumal es gut gepflegte Gebrauchtmodelle schon ab 7.000 Euro zu kaufen gibt. Auto Nummer 6 Jeep Wrangler TJ Der TJ war der letzte echte Wrangler in der direkten Traditionsnachfolge zum Willys Jeep. Spartanisch, luftig und super lustig. Dabei helfen seine simple Konstruktion, seine einfach aufgebauten und niedrig belasteten Motoren und der konsequente Verzicht auf Komfort-Extras. Dach ab, Türen raus, sogar die Windschutzscheibe ließ sich umklappen. Zur Modelleinführung 1996 gab es den TJ in Deutschland wahlweise als 2,5 Liter Vierzylinder-Benziner mit 118 PS oder 4 Liter Sechszylinder-Benziner mit 177 PS. Anders als vorhergehende Modelle bekam der TJ Schrauben statt Blattfedern und wurde mit Hinterradantrieb und manuell zuschaltbarer Vorderachse ausgeliefert. Außerdem gab es die Offroad-Variante namens Rubicon, die alle anderen inklusive G-Klasse eine lange Nase machte. Der letzte Jeep Wrangler TJ lief 2006 vom Band. Auto Nummer 7 Fiat Panda 4x4 Und noch eine weitere Offroad-Legende, von der wir uns verabschieden mussten, der Fiat Panda 4x4. Fast 40 Jahre turnte der Allradzwerg über Stock und Stein und ist vor allem in Gebirgsregionen Europas bis heute zahlreich anzutreffen. Fiat legte den kleinen Craxler seit 1983 zweimal neu auf. Höher gelegt, kantiger, raumeffizient. Zuletzt mit dem kuriosen Zweizylinder-Turbo für 17.990 Euro. Günstiger war kein Allradauto auf dem deutschen Markt und der kleinste war er sowieso. Gerade mal 1165 Kilogramm Gewicht mit Fahrer und Benzin und ein Wendekreis von 9,70 Meter machten den Italiener unschlagbar. Im November 2022 stellte Fiat die Produktion der Allradkiste still und heimlich ein. Seitdem gibt es den Panda nur noch als 70 PS starken Hybrid mit Frontantrieb. Doch jetzt kann sich die Fangemeinde freuen. Zum 40. Geburtstag bekommt der Panda 4x4 eine limitierte Sonderversion geschenkt. 1.983 Editionsmodelle werden produziert und erinnern an das Geburtsjahr des Allrad Panda. Das Jubiläumsmodell wird den Zweizylinder-Twin-R-Motor mit 85 PS reaktivieren und wird auch in Italien, Frankreich, der Schweiz und Deutschland ausgeliefert. Das waren sieben Modelle der letzten Jahrzehnte, die wir uns zurückwünschen bei die Sieben. Welche Autos von früher fehlen euch am meisten? Wir freuen uns auf weitere Vorschläge in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal.